hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück hier bei i will eat you ja wir spielen wieder und wir wünschen euch ganz viel spaß bei dieser folge cool sind denn schon pandas da okay dann starten das wort hast schon gestartet ich bin volle coole volle coole bär und das leuchtende augen grün leuchten ich habe auch nur ich habe ich habe ein leuchtenes feld du bist der bär ohne nein 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 ja gut dann kann man sich so besser sehen das ist sinnvoll das sieht natürlich toll aus der musik ja man merkt es ich habe mich auf die mage auch hau 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 Cool, das sieht man natürlich auch viel mehr. Aha, so ist das! Oh, fünfer verdammte Hacke! Tschüss! Man kann aber echt als Haar so nix machen. Man kann sie nicht beschützen oder so. Oh verdammt! Ja, in der nächsten Wolke erwischt. Komm her! Ich bin voll in den Hintern! Oh, ich bin gegen dich gelaufen. Karate Häschen! Juhu! Juhu! Oh, ich bin wieder aus dem Gestrüpp raus, ey! Juhu! Alter, war das Scheiße! Was? Du bist um mich rum! Wo versteckst du dich denn? Du bist gerade umkreist! Leck mich am Finger, ey! Ich hab dich nicht gesehen! Ach, schade! Ja, gut so! Oh, ey! Wurde mir grad heiß! Boah! Ja, das höre ich oft! Oh, ich hab mein Geld noch gar nicht abgeholt! Hey, schnell Geld abholen! Das Spiel startet schon wieder nur! Ich hab die falsch startet! Oh, ne! Oh! 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 Jetzt hast du grüne Augen! Ja, gell! Bin ich hammer! Oh, da kommt noch schon angewetzt! Hilfe! Oh, oh! Ah! Wer ist denn überhaupt Bär? Ich? Ich bin überhaupt! Ich bin überhaupt! Muss auch mal wieder Zeit! Sag' mal, der rennt da hinter mir her! Sag' mir, dass du ein Mensch bist! Hilfe! Ah! Okay, das ist wohl kein Bär! Weil der ist ja wohl hinter so mir grade! Ah! Ah! Oh oh. Ah! Hahaha! Wie ist das? Ah! 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 Fuck! Wo bin ich? Oh, da. Ach, da bin ich das hier. Oh oh. Ich schalte, dass man als Häste nix anderes machen kann, als uns zu putzen oder so, ne? Oder zu lupfen. Oh oh oh. Oh oh oh! Die PANN! Hahaha! Verdammt eh. Ich hab so schnell keine Taste mehr gefunden. Hahaha! Da ist ja noch ein anderer, ein... Zwillingshase. Ah! Na du Hase! Hahaha! Sag du mal einen richtigen Hase! Hahaha! Ach! Ich hab mal eben überm... ...zaun ab. Hahaha! Hahaha! Ich hätt' gern einen Musik machenden Hasen. Ja, ja, fänd' ich auch gut. Hahaha! Hahaha! Au! Ich hab' dem Bär grad in den Hintern gesprungen. Hups! Bleh! Der Bär hat gepupst. Hab' ich genug gesehen. Hahaha! 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 Oh Mist! Schade! Halt geht, in den Hase! Ger��� slammed dich durch an den Hase! Hahaha! Darauf ein Lied. Okay, komm. Weiter geht er. Wie geht das noch mit dem Hinten? Mit dem Clouchen. Steuern, Steuern, Steuern. Was wirst du damit machen? Oh, ich bin Bär. Oh, eine ganze Stücke mit Steuern. Ja, das stimmt. Ist mir auch irgendwann mal aufgefallen. Das ist aber dann glaube ich nicht so viel, oder? Doch, in den Büchern ist es gut. Ja, aber wenn er das Radar hat, dann findet er sich doch die Gegend an. Ja, nur wenn er freit, aber er kann ja nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums schreien. Okay. Spiel doch weiter. Es war ein schönes Lied. Nein, nein, warte nicht. Ja, renn doch, du blöde. Es war ein schönes Lied. Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Schau ab, du! Ich kann aber alles machen, totales. Ja, ja, warte. Verdammt, we're seeing. Zeig dich. Das ist wie ein Slapstick. Du bist gerade über mich drüber gelaufen, aber sonst war alles gut. Nein! Ach, ach, ach! Boing, boing, boing! Oh, du Schlingel! Jetzt freut ich dir dein Popo! Ja. Spielen sie weiter. Uncool. 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 Miley. Platzwechsel. Ah, fuck! Ich hab den Spinn auch noch nicht drüber. Da ist so, das hat zweimal funktioniert. Mist, ey. Zweimal bist du, hab ich drüber gefoppelt einfach. Das Täuschungsmane über von mir. Ja. Um sich in Sicherheit zu wiegen. Ja, genau. Komm her, Bär! Ich krieg dich. Oh, fuck! Verdammt! Oh, vorbei. verdammt verdammt im letzten Moment das Leben so spielt das Leben ist kein Bärenruf so meine Lieben das war es leider auch schon wieder wenn es euch gefallen hat lasst gerne wie immer einen dicken fetten Daumen da wir würden uns alle freuen dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder tschülü kommt schon wer sagt tschüss tschüss